Ja, Lungenkrebsgenie ist eine Vorsorgeuntersuchung, die basiert letztendlich darauf, dass in Deutschland Lungenkrebs eine der häufigsten Krebsneuerkrankungen, auch gleichzeitig eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen darstellt. Wir reden hier von ungefähr 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr und 45.000 Todesfällen und die Überlebenschancen sinken einfach dramatisch. Je später ich diese Erkrankung feststelle oder je fortgeschrittener dieses Erkrankungs- und Tumorstadium letztendlich ist. Mit der Einführung des Lungenkrebs-Screening können wir die Betroffenen in einem früheren Krankheitsstadium diagnostizieren und verbessern damit erheblich die Überlebenschancen. Eine Kostenübernahme besteht aktuell noch nicht, die soll ab Frühjahr 2026 letztendlich vorliegen. Bereits jetzt kann es aber angeboten werden, ist aber derzeit noch eine Selbstzahlerleistung. Frühe Lungentumoren können mit einer Niedrigdosis Computertumographie bildlich dargestellt werden. Die Strahlenbelastung ist hier gegenüber dem herkömmlichen CT deutlich geringer, wenn auch trotzdem vorhanden. Aber der Nutzen überwiegt hier eindeutig. Die Personen, die mit einem Low-Dose CT, so heißt das Niedrigdosis CT, untersucht worden sind, reduziert. Da reduziert sich die Lungenkrebsmortalität um 15 Prozent im Vergleich zur Vergleichsgruppe. Und damit kann man zusammenfassend sagen, mit einem Low-Dose CT-Screening sterben damit einfach weniger Menschen an Lungenkrebs. Genetische Faktoren spielen da aktuell keine Rolle. Es konzentriert sich auf die Risikogruppe der aktiven und ehemaligen Raucher. Und hier insbesondere auf das Alter 50 bis 75. In dieser Spanne ist das Lungenkrebsgenet endlich geplant. Und man muss auch sagen, dass fast die Hälfte aller Lungenkrebsfälle aus dieser Hochrisikogruppe heraus diagnostiziert werden. Das Lungenkrebsklinik an sich wird voraussichtlich an zertifizierte Lungenkrebszentren der Deutschen Krebsgesellschaft gebunden sein. Die Klinik für Pneumologie und Intensivmedizin hier am Klinikum St. Georg ist zusammen mit der Pneumologie des Elisabeth Krankenhauses unter der Leitung von Frau Chefärztin Gütz das einzige zertifizierte Lungenkrebszentrum in der Region Nordwestsachsen unter dem Namen Leipziger Allianz für Lungenkrebs und damit die zentrale Anlaufstelle für das Lungenkrebs-Screening in der Region.